Was? Nee. Nee, nee. Ich hol irgendwie nur braune Paste. Peter, ich fress hier kein... Bah, das ist Scheiße, das ist Durchfall. Das ist... Mh... Oh Gott. Wollt ihr auch was Leckeres essen? Gast Away. Ah ja, genau. Jetzt muss man hier quasi rumpimmeln und ausweichen während er schießt. Spieldauer maximal zwei... Ja, genau! Hahaha, ja. Also ich glaub, der ist behindert. Wo bist du? Ah, hier bist du. Nein, geh weg! Fall runter! Nein! Ach, ich krieg noch Schaden! Jetzt haben wir aber noch was anderes. Hahaha! Ich kann es nicht rumliegt haben! Also muss ich den aufmachen! Ah, guck mal, da ist er! Da ist er! Uhrensohn! Wo sind die denn? Oh mein Gott! Jawohl! What the fuck! Hä? Hä, warum hast du nicht gerutscht? Ja, da ist grad ein Samen auf mich gespritzt. Lohl! Aber nicht von mir, ne? Aber vielleicht ist ja gar nicht so schlimm, weil... Vielleicht aber auch doch! So, 1-1! Ich geh da noch hin, ich... War da 1-1? War 1-1? Nein, 2-1! 2-1 war schon? 2-1 hast du mir in der ersten Runde gekillt! Ah, ja! Aber Standart, echt schon 2-1 gerade? Ja! Ne, 2-2... 3-0 steht es jetzt! Ne... Ne, 3-1 hätte ich dir einmal runtergefallen. Das stimmt! Ich... Ich seh da nachher am Schnitt, dass wir schon alles nebeneinander... Hä? Ich geh da fest so schnell an! Los Rad, fahr! Warte nicht auf uns! Töte Hero Brian! Oh, wie es aussieht, wenn ich das so gegen mich kämpfen! Oh, wie es aussieht! Ja, bekommst du deinen Kampf! Ja, ich bin nackt, ne? Scheiße! Ja, ich weiß gar nicht, warum er nackt ist. Warum ist Holly nackt? Ich weiß es auch nicht, ich wache jeden Morgen auf und bin nackt. Ich hasse das. Jetzt kommt die Lebensweisheit. Vom Kotzen kriegt man Muskelkater. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Aber ich hatte mich halt am... Samstag einmal Hardcore übergeben, sodass man... Also... Kenner ja wahrscheinlich, wenn man so rausdrückt, obwohl nichts mehr drin ist. Und das tat dann so weh. Jetzt heute noch so ein bisschen, dass das ein bisschen blöd ist. Mir hat mal einer an Steine im Hals geworfen. Na? Dir? Ja. Also so ein ganz kleiner glatter Kieselstein war da. Und wir haben uns halt so mit Steinen beworfen. Und dann ist der quasi genau in meinen Mund geflogen. Und dann habe ich den sofort geschluckt. Zum Glück, hätte ja auch in die Luftrohre fallen können. Und da war ich aber trotzdem am weinen, weil es halt so ganz komisch war. Und dann war der kleine Peter Wein. Was ist das denn? Ist das Kacke? Die nehmen immer Hundekot und drücken da den Folien rein. Ey, was ist das? Das ist scheiße! Hast du abgemissen? Ne, ich habe nur meine Zunge da reingedrückt. Kennst du, wenn die Zunge so da reindrückt, wenn der Kot da offen kann? Hier ist immer so, wer es halt in die Waffe findet, der hat einen kleinen Vorteil. Hä, warst du da gerade? Bist du bereit für einen richtig schlechten Witz? Ja klar, jederzeit. Du machst das Format ja jetzt mit Facecam, ne? Ja. Warum war das denn bei Manu nicht so?